Hallo Fotorocker, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich bin schuld daran und ich brauche eure Hilfe. Alles weitere nach einem kurzen Intro. Vor genau zwei Jahren hatte ich die Idee, die kleinen Kanäle auf YouTube zu unterstützen und nach oben zu pushen. Gemeinsam mit eurer Hilfe haben wir die Kanale Grande Liste ins Leben gerufen. Eine interaktive, offene, freie Liste, bei der jeder mitarbeiten kann und jeder, der einen kleinen neuen Kanal entdeckt hat, hat diesen dort eingetragen und wir haben hunderttausende kleine Kanäle gefunden und nach oben gepusht. Wir haben sie in die Monetarisierung gebracht und sie erfreuen sich immer noch aktuell absoluter Beliebtheit. Leider hat das Ganze auch sehr negative Konsequenzen, die jetzt immer mehr ans Tageslicht kommen. Aber schauen wir uns das ganz genau an. Erinnert ihr euch noch? Wir waren uns damals alle einig und haben festgestellt, wir haben uns satt gesehen an den großen langweiligen Spießerkanälen. Ja, fortan haben wir nur noch kleine Kanäle unterstützt und geguckt. Das blieb nicht ohne Folgen. Immer weniger Zuschauer bei den großen YouTubern. Wie zum Beispiel Stefan Wiesner. Vor drei Jahren noch zeigte uns der Stefan sein tolles neues Studio. Stolz war er und das Studio wirklich vom Allerfeinsten. Ja, damals war die Welt noch in Ordnung. Das war vor der Zeit vom Kanale Grande. Vor der Zeit, bevor wir angefangen haben, die kleinen YouTube-Kanäle zu unterstützen. Die Welt war in Ordnung. Aber dann fing es langsam an. Dennoch konnte sich Stefan sehr, sehr viel leisten. Die Geschäfte gingen gut. Wie zum Beispiel auch hier. Mal eben einen neuen Transporter gekauft für die Firma. Ein kleines fahrbares Studio. Alles schien in bester Ordnung. Nichts war am Horizont zu sehen. Kein Sturm. Immer nur schönes Wetter. Stefan Wiesner ging es richtig gut. Zurecht einer der erfolgreichsten deutschen Foto-YouTuber. Aber dann ging es ratzfatz bergab. Und erinnert ihr euch noch an mein letztes Video zu diesem Thema? Fotografie ist tot. Ja, nicht nur Fotografie starb langsam aus. Nein, auch die Klickzahlen gingen runter. Und jetzt schaut euch mal an, was aus Stefan geworden ist. Kein Auto mehr, nur noch ein Fahrrad. Kein Studio mehr. Alles weg. Und wir sind schuld daran. Und es gibt zahllose Beispiele, die ich euch alle zeigen könnte, wenn ich sie bloß finden würde. Aber das hier habe ich gefunden. Stefan Wiesner ist natürlich nicht der einzige Fotokanal, den es erwischt hat. Schaut mal hier. Selbst Amazing Nature Alpha muss seine Ausrüstung verkaufen. Sehr, sehr tragisch alles. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich da niemals mit angefangen. Dann gibt es einen weiteren Kanal. Den kennen wir auch alle. Den Kanal Wein, Vibe und Gesang. Bekannt für seine fantastische, professionelle Fotoausrüstung. Alles an Hardware, was man sich nur vorstellen kann. Kameras, Objektive, Mikrofone, Stative, Rucksäcke, Aufnahmemöglichkeiten. Es nimmt einfach kein Ende. Oder doch? Ja. Schauen wir doch mal, was da passiert ist. Vor genau zwei Jahren war die Welt noch in Ordnung bei Wein, Vibe und Gesang. Und genau da haben wir angefangen, mit der Kanale Grande Liste die kleinen Kanäle zu unterstützen. Ihr wisst ja alle, was die sogenannte Infobox ist unter einem Video. Dort sind natürlich viele Informationen für uns zurechtgelegt. Aber meistens wird angegeben mit der Hardware, die so einen Foto-YouTube-Kanal-Betreiber besitzt. Wie zum Beispiel auch hier bei Wein, Vibe und Gesang. Also schauen wir mal, wie es damals vor zwei Jahren noch aussah. Hier könnt ihr lesen. Da hat das noch stehen. Ich filme und fotografiere mit. Und dann kommt eine endlos lange Liste von Hardware. Man kann also zusammenfassend sagen, da war die Welt auch noch in Ordnung bei Wein, Vibe und Gesang. Schaut euch mal diese Liste an. Wahnsinn, oder? Ja. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und jetzt schaut euch mal bitte das aktuelle Video bei Wein, Vibe und Gesang an, was da in der Infobox noch drinsteht. Und da sind wir auch schon. Hier ist das aktuelle Video von Wein, Vibe und Gesang. Und ich zeige euch mal die Infobox. Hier ist sie. Da steht nichts mehr von Ich filme und nehme auf mit. Alles weg. Alles verkauft. Nix mehr da. Ja. Und als ob das nicht schlimm genug wäre. Es hat ihn noch stärker erwischt. Ja. Und ihr habt es alle mitbekommen. Er muss sich jetzt sein Geld zusammenbetteln. Schaut mal hier. Ja, die Community ist nicht kostenlos. Sie ist sogar ziemlich teuer. Sie kostet aktuell sechs Dollar im Monat. Natürlich hat auch er die Zeichen der Zeit erkannt. Ihr wisst ja alle, Fotografie ist tot. YouTube ist tot. Und deswegen auch der Titel des Videos. YouTube war gestern. Größte Veränderung seit Gründung meines Kanals. Das kommt nach YouTube. Also der klare Beweis, hier steht eine Veränderung an. Also solange es die Community gibt. Mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass es sogar Profi-Fotografen gibt, die sich schämen, Profi-Fotograf zu sein. Schaut mal hier. Ja, wir alle kennen diesen Kanal. Und das haben wir alle daraus gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem Kanal, der mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Mein Vorbild, mein Idol, mein Mentor, Lichtbildidealisten. Gehen wir ein paar Jahre zurück, als auch hier die Welt noch in Ordnung war. Da hat er zum Beispiel freudestrahlend seine komplette Ausrüstung präsentiert. Schaut euch mal dieses Arsenal an Objektiven an. Wahnsinn, oder? Damals konnte man wirklich sagen, Geld spielt keine Rolle. Und so ging es denn auch immer weiter. Mal eben die Nikon Z9 gekauft. Dann kurz danach die Nikon Z8 gekauft. Und auch das war damals kein Problem. Das Nikon Z400 2.8 mal eben insgesamt 20.000 Euro hingeblättert. Ein Objektiv hier, ein paar Gehäuse dort, eine Reise hierhin, eine Reise dorthin, ein neues Wohnmobil. Geld spielte einfach keine Rolle. Alles war in Ordnung. Tja, und dann brachen andere Zeiten an. Schaut euch das hier mal an. Vielleicht rufe ich an dieser Stelle mal, genau, ich mache hier mal hier und jetzt einen Spendenaufruf. Wer hätte das gedacht? Der arme Mann kann sich nicht mal mehr eine neue Vlogging-Kamera leisten und bittet um Mithilfe. Und wir alle sind schuld daran. Aber wer Bock hat, der spendet mir einfach mal eine Mark 10, damit ich mir eine neue Z1 kaufen kann. Wie wär das? Vielleicht versenke ich die wieder. Aber ich rufe jetzt hier einfach mal frech zum Spendenaufruf aus. Es ist so traurig. Es ist mittlerweile sogar so schlimm geworden, dass die Foto-YouTuber nicht mal mehr Geld haben, um ihr Auto voll zu tanken, um von A nach B zu kommen. Schaut mal hier. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn die vielleicht 10 Euro in mein kleines Sparschwein reinschmeißt, dass ich so ein bisschen Spritkult und Kosten rauskriege. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit und zwar nach Freudenstadt. Wer allerdings jetzt eintritt, der hat sich diesen Preis lebenslang gesichert. Auch wenn der Eintritt frei ist, würden wir uns natürlich freuen, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Spende beim Reinkommen da lasst. Warum kostet das was? Da wird dann eine Keksdose stehen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da was spenden. Und eins kann ich auch sagen, der Preis wird steigen. Oder Thomas, kann ich das machen? Ja. Soll ich spenden? Bitte spenden, Freunde, liebe Fotofreunde, bitte spenden an Thomas. Jeden Cent wert sein. Ich schäme mich dafür, was ich angerichtet habe. Es ist eine Tragödie. Und ich bin der Einzige, der daran schuld ist. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe, das wieder gut zu machen. Aber ich habe mir etwas überlegt. Die Rettung ist da. Eine Spendenaktion. Spendet für Millionäre. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, solche Spendenaktionen umzusetzen. Ihr kennt das selber. Es gibt verschiedene Plattformen, die mehr oder weniger undurchsichtig sind. Und es ist auch schwierig, wieder für jeden von euch dort einen Account zu machen und das Geld zu transferieren. Deswegen habe ich mir etwas ganz Einfaches überlegt. Ihr könnt mir ganz einfach euer Geld spenden und ich werde es verteilen. Ich werde es so verteilen, dass es gerecht verteilt wird. Dass jeder das bekommt, was er verdient. Und das ist ganz einfach. Unter dem Video findet ihr den Link, um mir über Paypal Geld zu schicken. Das benutzen wir. Das heißt, jeder von euch kann selbst entscheiden, wie viel ist er bereit zu spenden für seinen YouTuber oder vielleicht für alle. Kann dazu schreiben, wie das Geld verwendet werden soll. Ich werde dann versuchen, das alles zu sammeln und ich werde dafür sorgen, dass es an die richtigen Stellen gelangt. Ich werde dafür sorgen, dass ich kein Fotograf mehr schämen muss. Ich werde dafür sorgen, dass Lichtbildidealisten einen Taucheranzug bekommt und ganz viele wasserfeste Unterwassergehäuse für seine Vlogging Kameras. Ich werde dafür sorgen, dass der Kanal Wein, Vibe und Gesang wieder zuschlagen kann und sich sämtliche Nikon Kameras und Objektive leisten kann. Ich werde dafür sorgen, dass die Kanäle wieder nach oben gepusht werden. Jeden Cent wert sein. Und das Einzige, was da funktioniert, ist das liebe Geld. Alle behaupten natürlich immer, sie würden die Kanäle nur machen, weil es ihnen Spaß macht. Aber wir wissen ja alle, es geht ums liebe Geld. Und das Gute ist, davon haben wir alle jetzt, da wir uns gegenseitig nach oben gepusht haben, mehr als genug. Jeder von uns, der kann seine Hosentaschen umkrempeln, kann seine Mütze umkippen und schauen, was alles rausrieselt, das alles aufsammeln, kann auf den Speicher gehen, kann in den Keller gehen. Irgendwo liegen immer ein paar Goldbarren rum, wie hier zum Beispiel im Eurocastle. Ich werfe mittlerweile die ganzen Goldbarren schon über die Schlossmauer, weil wir hier innerhalb des Schlosses keinen Platz mehr haben. Mein Türsteher, der Olaf, hat sich draußen vor den Toren schon ein kleines Podest, eine kleine Bühne gebaut mit einem Treppenaufgang. Aber trotzdem, es landen immer noch ganz, ganz viele Goldbarren draußen im Schlossgraben. Die werde ich jetzt alle einsammeln und dann werden wir schöne Pakete zusammenschnüren und dann werden wir unseren Fehler wiedergutmachen. Ich weiß, mit eurer Hilfe werden wir das schaffen. Ich alleine kann nicht das Unmögliche bewerkstelligen. Aber gemeinsam können wir das Ziel erreichen. Together we stand, together we can. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Selbstverständlich könnt ihr euren Spendenbeitrag hier unten als Kommentar unter dieses Video schreiben. Dazu natürlich bitte, was mit eurer Spende passieren soll, wer diese Spende bekommen soll und wofür sie eingesetzt werden soll. Ich zähle da auf eure Unterstützung. Bitte sorgt dafür, dass dieses Video ganz weit nach oben gepusht wird. Dass der Algorithmus dieses Video überall hinträgt und bekannt macht. Liked das Video, schreibt viele Kommentare, gebt zwei, drei, vier oder noch mehr Daumen nach oben. Teilt das Video in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Sorgt dafür, dass dieser Spendenaufruf wirklich jeden Winkel des Planeten erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.